Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu dieser kleinen Sonder-News. Entwickler Still Alive Studios und Publisher Astragon Entertainment haben soeben in einem Trailer dem Bussimulator 21 angekündigt. Dieser erscheint 2021 für den PC, der PlayStation 4 und der Xbox One. So heißt es aktuell. Wir freuen uns heute den Nachfolger der Bussimulator Franchise anzukündigen. Der Bussimulator 21 wird im Laufe des Jahres 2021 erscheinen. In der Fortsetzung der beliebten Spielereihe dürft ihr euch jetzt schon auf eine brandneue US-amerikanisch an die San Francisco Bay Area angelehnte Karte, zahlreiche neue lizenzierte Busse weltweit bekannter Marken wie zum Beispiel Alexander Dennis, detaillierte Fahrpläne sowie reichlich weitere neuen Futures freuen, die euch das Leben als Busfahrer noch komfortabler gestalten werden. Egal ob in der Einzelspielerkampagne oder im Multiplayerspiel mit Freunden, der Bussimulator 21 wird nicht nur über die modernsten und umfangreichsten Flotte der Simulationsreihe verfügen, sondern zudem erstmals auch ein Doppeldecker und Elektrobusse ins Spiel bringen. Macht euch also jetzt schon auf das intensivste und umfangreichste Busfahrer-Erlebnis in der Geschichte der Spiele-Serie gefasst. So heißt es aktuell. Es gibt aber noch mehr Text. Unter anderem haben wir hier noch mit dem Bussimulator 21 erwartet Spieler der bisher umfangreichste Teil der beliebten Simulationsreihe. Mit seiner enormen Anzahl offiziell lizenzierte und liebevoll nachgebildeten Busmodelle von Herstellern wie Alexander Dennis sowie zahlreichen weiteren weltweit bekannten Marken bietet der Bussimulator 21 nicht nur den größten und modernsten Fuhrpark der Seriengeschichte, sondern bringt zudem erstmals auch E-Busse und den von Fans der Reihe heißersinnte Doppeldecker ins Spiel. Mit Hilfe des riesigen Fuhrparks dürfen Spieler zudem gleich auf zwei riesigen Karten zur Tat schreiten. Neben einer überarbeiteten Version der aus dem Vorgänger bekannten europäischen Stadt Seaside Valley inklusive der dazugehörigen Karten-Erweiterung steht im Bussimulator 21 erstmals auch eine brandneue US-amerikanische und an die San Francisco Bay Area angelehnte Settings namens Angels Shore zur Auswahl. Egal ob Industrie oder Randgebiet, der Downtown im lebendigen Chinatown District, an der Uferpromenade, den umliegenden Hügellandschaften oder im Businesspark, im Bussimulator 21 dürfen die Spieler dank des neuen und noch freieren Open-World-Ansatzes den spannenden Alltag eines Busfahrers hautnah und in bisher nie dagewesener Vielfalt erleben. Genau wie im Vorgänger dürfen Spieler natürlich auch im Bussimulator 21 in einen kooperativen Multiplayer-Modus zur Tat schreiten, um gemeinsam durch die Straßen zu fahren und sich in Teamarbeit ihres eigenen Nahverkehrs-Imperiums aufzubauen. Weiter geht's. Die ausgeklügelten Management-Systeme des Spiels bieten dabei noch einmal deutlich mehr Freiheit. Zahlreiche neue und erweiterte Futures sowie erstmals auch die Möglichkeit, detaillierte Fahrpläne für die eigene Busflotte einzurichten. Sollte ein Spieler lieber nur fahren, statt sich bis ins kleinste Detail um das Mikro-Management seines Nahverkehrsunternehmens zu kümmern, bietet die intelligente KI-Rhein-Busfahr-Enthusiasten natürlich die Möglichkeit, die planreichen Aufgaben automatisch vom Spiel erledigen zu lassen. Als virtuelle Mentorin steht den angehenden Busfahrern im Bussimulator 21 erneut die aus den Vorgängern bekannte Mira Tannhauser zur Seite. Mira wird die Spieler nicht nur auf ihre einzigartige und charmanter Art und Weise behutsam in die Welt des öffentlichen Nahverkehrs einführen, sondern sie zudem auch durch die zahlreich spannende Mission der umfangreichen Kampagne auf den beiden Karten ins Spiel leiten. Für langanhaltenden Spaß sorgen zudem die zahlreichen Zufallsereignisse und Nebenaufgaben, ein Sandbox-Modus, in dem sich Spieler völlig frei entfalten dürfen und vieles mehr. Busliebhaber und Simulationsfreunde können sich also schon jetzt auf die bisher umfangreichste Busfahr-Spieler-Erfahrung der erfolgreichsten Seriengeschichte freuen. So heißt es aktuell unter dem Trailer, welches ihr jetzt die ganze Zeit jetzt hier seht, gerade. Auf jeden Fall hat man sich hier echt viel Mühe gegeben. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns hier erwartet mit dem Bussimulator 21. Einen konkreten Release-Termin gibt es natürlich noch nicht. Auch ob es noch eine Playstation 5-Variante oder eine Xbox-Serie-X-Variante geben wird, ist auch noch nicht bekannt. Wir halten euch aber natürlich weiterhin auf dem Laufenden, sobald wir neue Informationen haben. Aber merkt euch jetzt schon mal den Bussimulator 21 vor. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns am Sonntag zu den ÖPNV-News hier wiedersehen. Bis dahin, tschüss! but und ja Vielen Dank.